Mein Backstage-Kollege David Garrett. Hi. David, grüß dich. Ich habe was vor mit dir. Guck mal, ich habe zwei Karten noch für ein Echo Classic. Da sind ganz viele Leute, die Karten haben möchten. Oh, Mama, du gibst mir die Arschlochkarte. Ich gebe dir die Arschlochkarte. Pass auf. Komm, wir gehen mal hier rüber. Moment, Moment. Wir müssen das ausdiskutieren. Das ist zwar nett mit den Karten, aber ich gehe jetzt zu jemandem rüber. und gebe denen zwei Tickets oder ich gebe jeweils einem eine. Dann werden sich die anderen darüber ärgern. Nein, die werden sich freuen, dass überhaupt zwei da welche kriegen. Nein, aber die anderen, die keine bekommen. Pass auf, wir machen das so. Ich gebe die und du unterschreibst sie. Ich gebe sie den Leuten. Du unterschreibst sie. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Nicht einfach, weil ich die Karten nicht... Pass auf, unterschreiben kannst du ja trotzdem. Unterschreiben kannst du, aber ich finde, du sollst es aussuchen. Okay, ich suche aus und du unterschreibst. So, hier. Guck mal, das ist das. So eine Echo Classic-Karte hat auch nicht jeder. Du musst heute nicht spielen. Ist das eigentlich gut oder schlecht? Jetzt machen wir folgendes. Jetzt suchst du dir die zwei Karten. Dann komm, wir gehen da rüber. Nein, 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 das machst du selber. Ich bin da total neutral. Das machst du selber. Und du sagst, fragst, wen du ausgesucht hast, komme ich rüber und dann schreibe ich die Namen von den jeweiligen drauf. Tipptopp, warte. Du bleibst hier eine Sekunde. Okay? Okay. Okay. So, wer hat keine Karten und möchte Karten? Haben Sie alle Karten? Die sind von David Garrett unterschrieben. Ihr wollt... Sie hätten. Haben Sie einen Partner, mit dem Sie hier reinkommen können? Na, meine Mann. Und der kommt da noch? Muss? Ja, also los. Dann sind hier zwei Karten von David Garrett. David? Ich habe jemanden gefunden. Jetzt bräuchte ich noch die Widmung dafür. Ja? Guck mal hier. Hallo. Warte, ich habe noch ein Stil. Wir haben uns ja vorher schon mal kurz gesehen. Ja. Ja, guck mal, hier. Wie heißt du denn? Lydia. Lydia mit Y? Nein, L-E-D-I-J-A. Äh, Lydia. Hast du denn noch Zeit? Muss ich jetzt haben. Du wirst gezwungen. Ja, klar, komm. Ihr habt noch... Bitteschön. Ja, ihr habt noch. Vielen Dank. Dann viel Spaß dir und genieß die Veranstaltung. Machen wir mal. Guck mal hier. Selfies. Die einen kriegen Selfies, die anderen kriegen Karten. Lydia, viel Spaß. Danke. Ja? So, mein Stift, den kriege ich auch nochmal wieder. Ja, das habe ich noch eine kleine Zubartelis. Du musst nicht spielen. Ist das gut für dich oder ist das... Ja, unter den Umständen, dass es doch ein bisschen frostig ist, ganz gut. Ein bisschen plaudern ist auch mal ganz schön, ne? Absolut. Mein Lieber, viel Spaß. Ciao. Danke schön dir. Ja, ciao. Danke schön dir.